Das ist für Blutricity, das brauchen wir kaum. Oh, ich hab Diamant gefunden. Ich hab nur einen Block weiter gegraben, als du, wo du aufgehört hast. Ja, meine Pickaxe waren kaputt. Achso. Und nicht mehr weiter. Ach, weiter bist du gar nicht? Nö. Toll, ich dachte, das ist hier voll das fette Ding, ey. Ja, ich hab sieben Diamanten, das reicht mir. Ja, ich hab drei. Ich hab nur einmal kurz, zwei Blöcke kaputt gemacht. Ah. Ah. Karma is a bitch. Aber sind diese Edelsteine nicht genauso gut wie Diamant an sich? Ja. Nein. Nein. Holy shit, was ist hier denn los? Mit Diamant braucht man für die ganze Schienen. Muss dringend rennen können. Alter, habt ihr jetzt echt das ganze Fleisch gegeiert? Nö. Nein. Wo ist es? Nö. Ofen. Achso, da hab ich nicht reingeguckt. Hm. Bei Nacht rumrennen ist eigentlich gar nicht mal so schlau. LOL, was ist denn hier los? Geht einfach mal random irgendwie so Baumstämme in die Luft. Das ist deins, Max. Ja? Ja, das ist Schmack, Science. Das sieht man. Das sieht gut aus. Nimm dir mal ein Beispiel, Till. Hm. Fehlt halt ein bisschen material. Bei Till sieht's immer so hingekackt und hingeschissen aus. Oh. Nein! Wir haben ein Loch. Vorm Haus. Warum? Ja. Nur das ist der. Ja. Haha. Er hat sich durch unsere Mine gesprengt. Ein Spion. Alter. Alter, es ist Arbeit den ganzen Scheiß abzubauen. Warum machst du das so? Achso, stimmt, du willst ja dieses Ding da bauen, ja. Hallo? Amor? Guten Tag. Alles klar. Pistel! Für uns. Wenn das eigentlich... Ja. Kann man. Oh. Stein, zwei Eisen und eine normale Kiste. Mach ich übrigens gleich was mit Teckel, ne? Oh. Okay. Ich komm gut durch. Ich bin im alten Haus. Hm. Ich muss schon ne Weile laufen. Bring mal Holz. Obwohl, ne, Holz haben wir. Ist okay. Nicolait kann ich mal rausmachen, Alter. Noch mal noch. Milliarden von Steinen. Achja. Wie komm ich hier wieder raus? Das hab ich mich auch gefragt. Hab ziemlich lang gedauert, aber es hat funktioniert. Nein, es bringt ja nix, aber ich sag das ja nicht. Ist einfach mal so. Zack. Zack. So. Und. Zwei Steine. Problem. Ich hab jetzt hier überall abgebaut. Die ganzen Ding. Jetzt weiß man gar nicht mehr, wo, was, was wirklich ist und was fake. Fuck. Wir brauchen Obsidian. Hm. Vier Stück. Können wir mal einen Notfall an der Oberfläche erstellen, hab ich gehört, Till. Nein, 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 nein. Ich weiß, wie man da kommt, aber mach das nicht den Scheiß. Tu's nicht. Ey, was ist los? Tu's nichts hier rum. Will seine Lava Opfern? Nein. Nein. Komm nicht. Wo ist die überhaupt? Ey, wenn ihr das jetzt kaputt macht, ne, dann mach ich euch kaputt. Sein Ein und Alles. Ja, weißt du, wie lange ich dafür gebraucht habe? Ich bin dafür sogar gestorben, Mann. Zweimal. Ja. Ja, stirb. Ah, da. Scheiße, ich bin auch da. Oh ja, so. Wir gehen gleichzeitig hier raus. Genau, ich hab mich da rausgedickt. Ich auch. Das war voll random. Ich bin hier rausgekommen. Alter, Tim, bist du verrückt. Mach da wenigstens Geländer dran. Nö, soll ja jemand sterben. Knock mir mal vier Eimer. Machst du doch selber da unten. Wir haben da unten noch in der Mine ganz viel Lava. Achso, ich hab ja doch nur die Eimer geschnappt. Alter, bis du komplett... Ich dachte, du hättest schon vier Eimer und pumpst die jetzt von mir unten da ab. Das könnte ich auch noch machen. Nein. Nein. In der Mime unten haben wir ganz viele Lava noch. Nein, nein, nein. In welcher? Einfach die Leiter runter. Äh, ja doch, die Leiter. Bei uns? Ja. Im alten Gemeinsamhaus, ne? Einfach ganz runter gehen. Ja. So, da haben wir wieder Marial. 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 Und Kohle haben wir auch. Machen wir mal Backe, Backe um. Der Ofen hat gerufen. Wer will schlechten Kuchen haben? Der muss haben sieben Sachen. Alles klar. Halt mal die Fressen. Mach's, stell mal ruhig. Wo denn? Ganz am, ganz am Boden. Phil? Ja, ja, ja. Ohja. Boah. Ist aber nicht wenig. Mach ja mal so ne kleine Abgrenzung, damit man sich nicht aus Versehen verbrennt. Kann ich jetzt die Lava direkt in Wasser rein platzieren? Nee. Du musst Lava platzieren und äh. Du hast da rein. Dann baue ich ein kleines Becken. Ja, wer, äh, bevorteil. Hey, das ist mein, wie er verpissst dich. Toll. Nein, Sand, der soll so bleiben. Den kriegst du ja wieder. Okay. Er soll trotzdem so bleiben. Vorsicht. Feuer! Weißt du? Da baue ich Wasser. Noch nicht. Einer noch. Ich hab echt ne Veranlagung in Lava zu springen irgendwie. Ich sterbe immer. Wenn ich sterbe, dann nur so. Hey, deswegen hab ich doch extra das Becken gemacht. Ja, deswegen hab ich extra einen Eimo. Hill? Ich hab gehört, du hast Diamant. Kannst du damit nicht abbauen? Oh. Ne, ich baue mir da jetzt keine Diamantspezalko mit meinem Diamant. Oder ist das sehr notwendig? Ja. Nein, sonst bleibt der da ewig. Man kann das ja nicht mit deinem Diamant abbauen. Brauchst du sieben Diamant? Äh, ich hab nur fünf. Warte mal, einer müsste dann übrig bleiben. Hä? Weißt du, einen Diamant kannst du dann haben. Hey, der Ofen sieht, der Ofen sieht cool aus. Na gut. Okay, dann machen wir jetzt einen Handel. Ich geb dir... Also ich baue, äh, mach mir jetzt eine Spitzakoffe, Diamantspezakoffe. Er will dich verarschen. Digga, ich hab ne Idee. Ich mach dir aus... Du gibst mir jetzt die Diamanten. Nö. Okay, die drei Diamanten und du kriegst sie nachher zurück. Ich mach dir welche. Ah, okay. Er lügt. Er lügt. Er lügt. Verträumt. Nee, Spaß, ich kann dir wirklich welche machen. Ich glaub, dass Nikolait was hat das für einen EMC-Wert? Ich hab grad keins. Das ist höher. Nö, ich weiß, es ist hoch, aber ich weiß nicht, ob es höher als Diamant ist. Wahrscheinlich nicht. Nee, dieses ist... 128 und Diamant hat 8000, das heißt... Nein, äh, dieses komische da, wo du nur einzeln findest und aussieht wie Kohle. Achso, Tungstil. Das hat 12000, das kann mir auch einpassen. Sooo... Du... Ich war fast fertig. So geil. Wie viel brauchst du? Wie viel Obsidian? Die vier. Hm, okay. Ah, ne tutет,... Ach verdammt. So, hört dich immer noch want to lesleit an, sei bei. ich gucke jetzt wie was du da so fest ist so und wo sind die da kondenser macht den stein damals ist ich will den da einfach diamant als kiste so jetzt versuch man sollte das um oder was also jetzt packe ich das ganze nicoleit da rein ich weiß nicht wie das geht wie geht es da oben hast du den zielblock ganz oben links ja machst du den zielblock rein und der emc wert gibt dir an also wenn diamant jetzt 8000 was musst du so viele items rein machen das jetzt 8000 voll ist 8000 mc und dann haben sie 24.000